Taka, hast den Ball nicht, er redet nur alleine. Wir brauchen immer im Training einen eigenen Ball für ihn. Vor dem Training sehe ich Kraftraum, nach dem Training Kraftraum, deswegen Füße ist 99. Im Tempo ist kein Raphael Varane, aber dafür ist er schnell im Kopf, deswegen gleicht es alles gut aus. Das Passspiel hat natürlich einen hervorragenden linken Fuß und da haut er die Dinger mit seinem linken Fuß ganz schön scharf an mir vorbei. Er ist Offensivspieler, aber er geht auch defensiv auf, gute Qualität. Ja, Dribbling, denke ich, er ist mehr der Passspieler und das muss er nicht machen während der MFZ. Schießen, zwei, drei Weitschusstore, deswegen ist da 71, denke ich, ganz angemessen. 98. 70. 72. Mein Spielwert bei FIFA 18 sollte bei 73 liegen, dann bin ich nämlich ein Punkt fester als Martin Hinberger. Dements. 5. Untertitelung des ZDF, 2020